Musik Die steht auf einem Tisch. Auf einem weißen Tisch. Und dann ist dahinter noch so ein Mikrofon. Das ist ein dickes Buch mit Saiten. Also da kann der Pastor daraus lesen. Und Bilder. Und ganz viel Text drin. Und da sind manchmal auch ein paar Gebete drin. Von Leuten, die das ganz gut wissen. Das ist so ein Buch. Da stehen Geschichten drin. Und von Jesus und von Gott. Die alle ganz gute Sachen gemacht haben.